Es gibt ein Bunteshaus und da wohnen zwei. Und diese Bewohner oder Bewohnerinnen sind nicht so zufrieden, aber schauen wir mal, wie es denen geht. Und was ist es denn eigentlich? Wenn ihr es wollt, dann müsst ihr es schon kaufen. Kaufen? Aber es liegt hier doch einfach auf dem Müll. Entschuldigung, wir wollen nicht unnötig sein, aber ich habe genau 5 Euro dabei. Und das ist schon genug. Na gut, geht schon her. Warte, jetzt schieb ich dich. Au! Seid gestresst, genervt und anständig laut. Ich bin echt knapp daran, genervt zu sein, aber ich bin lieber fröhlich als genervt. Du hast damit angefangen. Du bist zu verjahren, habe ich mich zu erinnern. Stimmt nicht, du Süßlerin. Nein, du bist einer Lüben, der in irgendeiner Lüben bist du auch. Nein, ich sag's doch, ich habe einen zuerst gefunden. Er gehört mir. Auseinander! Ihr könnt doch mal ruhig darüber reden. Klar, die Quatsch, fass! Ich will hier nicht mehr bleiben. Ich will hier nicht mehr bleiben. Ja, komm! Der erste Planete heißt Bienen und Honig. Ach, ich liebe das Leben auf dem Planeten Bienen und Honig. Ja, du hast recht. Jeder Tag ist noch fantastischer als der vorige. Wow, hier sieht es ja fantastisch aus. Hallo, ich bin die Kleine und das ist bei Klauen und hier klauen die Quatsch. Wir kommen von den Planeten, kam der Dunger Böse und sind auf der Suche nach guten und fröhlichen Dingen, die unseren Planeten besser und fantastischer machen. Mh, die sind ja lecker, das wird mich demnach helfen. Bitte, bitte um gute Reise und besucht uns bald wieder. Schauen wir mal, was Sie da auf Fantastisches finden. Hey, aufwachen, Schlafmützen! Aufwachen, bitte aufwachen! Was ist denn los? Setz diese Schlafmützen auf. Doch lasst uns schauen, was Sie träumen. Ich habe schon immer davon geträumt, fliegen zu können. Wow, ich kann ja fliegen! Und ich wollte schon immer neu zaubern. Und wie kommen wir wieder ins echte Leben? Tut die Mützen absetzen. Und jetzt haben Sie schon in Ihrem Gepäck einen Korn voll Süßigkeiten und Schlafmützen. Super! Macht so viel Spaß! Und ist so fantastisch! Ja, und das allerbeste ist, dass alles, was wir mal noch essen wird. Und das wird auch wirklich so düster ist. Und ob Sie was Fantastisches mitnehmen können, das schauen wir uns jetzt gleich an. Setzt mal eine Brille auf, sieht alles fantastisch und lustig aus. Eine Brille kostet drei Fische. Also, und woher bekommen wir drei Fische? Und, tschüss, und besucht mich bald wieder und bringt mir Fisch mit. Ob sie denn gelingt und wie sie denn gelingt, aus ihrem Planeten, dem Katatunga Böse, einen besseren, einen schöneren Ort, einen fantastischeren Ort zu machen, das schauen wir uns jetzt an. Fantastisch! Ja, 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 ja! Applaus